Hey meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen, etwas anderem Video, naja kein etwas anderes. Es ist einfach nur YouTubers live und wir müssen direkt, instant wieder ein neues Video machen. Aber erst müssen wir ja Spiele einkaufen, fällt mir gerade ein, denn unsere sind mittlerweile so schlecht, müssen wir einfach mal neue einkaufen und dafür müssen wir gutes Geld ausgeben. Aber ist ja egal, unser Mechaniker hier nebenan, der macht das hier schon, äh, verweigern. Okay, ich habe neue Abonnenten auf meinem Kanal. Das ist ja schön, aber ich mache es ja alles nur für Geld und Spaß. Äh, ja. Top-Wertung. Vor allem, das soll ja noch Top-Wertung sein, ne? Sieht man ja. Nehmen wir hier Cutter 2. Ja, das ist schon teuer genug. Und vielleicht noch jeder für 13 Dollar nur. Mal gucken, ob es mit der Post oder mit DHL kommt. Und dann kaufen wir uns nochmal gerade ein bisschen Pizza. Oder auch Hot Dogs. Und nochmal Sandwich. Und boah, 40 Euro. Kaufen. YouTube Money. So. Hier sind unsere Geschenke. Hä? Warum? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum habe ich gerade Geschenke gesagt, obwohl wir es doch gerade bestellt haben? Oder der Lieferfassand will einfach kein Geld von uns. Habe ich auch nichts gegen. Die ersetzen. Warum steht da ersetzen? 100 Dollar. Ja, ich traue mich nicht drauf zu klicken. Ah. Ich tue es mal. Äh, bitte was? Das hat jetzt rein theoretisch was gebracht? Das hat einfach nichts gebracht. Bin ich dumm. Ich muss nochmal arbeiten. Vorher muss ich doch erstmal was essen. Macht man einmal einen Fehler, ne? Programmierer. 10 Stunden. 50 Dollar. Erstmal was essen, dann kannst du programmieren. ja, ich mach wieder. Hoh, holy shit. Ähh. Ähh. Ein Gameplay-Video für den Nintendo. Ja, komm, machen wir es mal. Also, dann müssen wir ganz dringend was, äh, noch machen. Machen wir gerade was für 8 Stunden. Dann nochmal was für 2, wenn... Ja, dann hier für 4. In der Zeit öffnen wir. Danach gehen wir nochmal schlafen. Denn, wie ihr schon in der letzten Folge gesehen habt, da hatten wir schon sehr viel gearbeitet. Danach mussten wir noch... Was mussten wir noch machen? Äh, die Rechnung zahlen. Und jetzt war ich ja auch so dumm und hatte, ähm, den PC ersetzt, obwohl ich mir das jetzt anders vorgestellt hatte. Ob ich mich schon da halten will? Nein, danke. Ich habe gerade was anderes zu tun. Äh, okay, der, der geht da einfach dran und spielt. Okay. Danach gehen wir mal einkaufen und dann gucke ich mal, wie teuer so ein Nintendo das ist. Okay. Äh, Orkonsaurus. Junge. Um gerade abzuh... Och, komm. Was? So teuer? Heißt, ich mach gar kein Plus, Alter. Ist ja sowas von überflüssig. Obwohl, wenn ich das jetzt kaufe, bekomme ich das ja wieder von dir. Heißt, ich hab ja kein Plus gemacht. Aber, da ist doch, äh, dann darf ich doch den reintun. Ich hab ja halten. Okay, machen wir es so. Müssen wir aber noch ein bisschen Geld grad verdienen. Weil die wollten ja, dass wir das schnellstmöglich machen. Machen wir nochmal Programmierer. Danach Essen. Nach dem Essen gehen wir dann nochmal programmieren. Hätte ich jetzt so gesagt. Weil jeweils Programmieren macht ja 50 Dollar. Zweimal 50 macht 100 Euro. Dann haben wir 205 Euro. Dann, äh, 205 Euro. Hm, 205 Euro. 205 Euro. 10. Das wären noch 6, nein 16, 3 wären das noch, die wir dann übrig hätten. Ah, die wollen ja unbedingt ein neues Video sehen. Deswegen müssen wir mal hin und machen bezüglich. Dann, die wollen wir dann runtergehen. Der setzt sich irgendwie jedes Mal an meinen PC. Oh, gehe arbeiten. Dafür muss ich erst mal schlafen. So, jetzt haben wir geschlafen, jetzt können wir ein bisschen arbeiten als, ach komm, Spieleentwickler. So, jetzt können wir ein bisschen machen, jetzt können wir ein bisschen machen. Boah, alter Scheiße, wir wollten ja eigentlich ja diesen Let's Player jetzt machen, da ja unsere Konsole dann heute auch noch angekommen wäre. Aber hat ja nicht so gut geklappt, deswegen, ja gut. Äh, ja. Die wir jetzt von unserer Professionalität berichten. Das soll man einen Fan nennen. Brauchen auf jeden Fall neues Gaming-Video. Mega-System. Machen wir doch einfach mal darüber ein Preview. Da wir doch einer haben, schätze ich mal. Warum setzt er sich jetzt... Aha, ich wollte schon fragen. Warum muss ich jetzt gerade das Zeug von dem PC auswählen? Scheiße. Nacht pass raus. Ich... Sunny. W ты? W du? Du? können we? ... ... Dings, wieso könnte der schon passen? Ich bin so extrem müde, obwohl wir jetzt gerade wieviel Uhr haben? Wir haben vierte nach fünf, deswegen machen wir mal kurz eine kleine Karte an dieser Stelle und dann gehts gleich einfach weiter. Bis gleich. So Leute, jetzt gehts weiter. Wie lang war das jetzt? Wir hatten keine Ahnung wieviel Uhr. Das haben wir auf jeden Fall halb, also ne Viertelstunde sehr wahrscheinlich. Aber, ja. Ich hatte jetzt ne Pause gemacht. Ich muss jetzt dringend noch mein neues Gaming Video. Die Leute wollen aber auch immer und immer mehr. Deswegen müssen wir mal hier schauen, welches denn noch gut ist. Endlich gibt's da wirklich nur dieses eine Video, was gut ist. Du startst die Aufnahme wegen der Begrüßung. So. Lade bitte mit Hinweis. Machen wir mal mal einen unlustigen Kommentar. Oh Gott, wir müssen mal schnell machen. Der Typ bekommt Hunger. Naja. 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 Da ich hier wirklich noch irgendwie gleich abkratze oder so. Kann ich denn ja was essen. Weil ich hab wirklich keinen Bock, dass mein Dingens wirklich abkackt. Weil das ist wirklich nichts wie möglich. Ich weiß auch nicht wie. Ah, der kann wirklich sterben. Und wie hat es jetzt gerade meine Katze geschafft, in mein Zimmer zu kommen? Mhm. Okay, wir haben jetzt ungefähr gleich viel von allem. Jetzt machen wir das Video noch fertig. Okay. Ähm. Dann würde ich mal sagen. Dat hier. Dat hier. Dat hier. Dat hier und dann dat hier. Auf jeden Fall ging es mich so. Hauptsache meine Abonnenten haben nochmal ein neues Video. Und ich könnte mich nicht nerven. Hochladen. Und wir haben sogar noch... Ich möchte eine neue Begrüßung haben. Wir können noch zwei wählen. Konstruktive Kritik nehmen wir dann noch. Und dann warten wir einfach noch ein bisschen, bis wir ein neues Level bekommen. Zum Beispiel kann man hier, gibt es ja... Ah. Gibt es keine neuen Aufträge. Bekommen 50.000 Abonnenten. Ja gut. Wir sind jetzt... Gott, wir verlieren sogar Abonnenten. Was ist da los? Das müssen wir mal ganz hinbeischauen. Das müssen wir mal ganz hinbeischauen. Und dann ein bisschen shoppen und das Geld wieder ausgehen. Nein Spaß. So. Dann nochmal ein bisschen... Na erstmal kurz dein Zuhause. Wir brauchen monatliche Kosten 320 Dollar. Also wir sind dann nur noch am Arbeiten kann man sagen. Und um die Videos zu machen, haben wir dann eher fast gar keine Zeit mehr. Aber essen wir mal so ein Hot Rock. Mhm. Und dann steht dazu, dass wir ganze 24 Stunden durchgehend wach sein können. Und längst wieso. Bestimmt. Also bestimmt ist das Ding sowieso. Aber okay. Übrigens Leute, wenn ihr Lust habt, ein Gameboy Advance oder Gameboy Color, Gameboy, was auch immer Video zu sehen, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mal ein neues Video dazu. Weil wir haben jetzt schon die benötigte Zeit wie immer. Deswegen wird es jetzt auch nochmal Zeit wieder zu beenden. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr so ein Gameboy Video sehen wollt. Oder ein Handy Video. Und das nehme ich jetzt direkt im Anschluss auf. Warum auch immer ich dann sage, schreibt es in die Kommentare. Scheinmal bin ich kommentargeil. Aber das ist mir egal. Deswegen sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Und dann tschüss. Tschau. Tschau.